Moinsens und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play TTT zusammen mit Riggs Goldwing Ja darf ich aus 2000 Scheißnarmer Ja und ein paar anderen die vergessen haben wie man sich vorstellt naja Nanook! Hallo ich hab mich vorgestellt Stinkt Ja halt Nanook nicht aber Nanook wurde ja auch im Affenwald großgezogen Äh Nanook ist bei mir Nanook Nanook Bei deiner Geburt hast wahrscheinlich am Pavian arsch geschnüffelt oder der war so schön rot Ja GP im Gegensatz zu dir Ja war das im Gegensatz zu mir? Im Gegensatz zu dir gurgle ich keinen Durchfall aber ok Boah 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 Auf jeden Fall Jetzt frag ich mich nur woher er weiß dass man Durchfall gurgeln kann Ja selbst ausprobiert Boah Das ist mein Klasskammer hat so schön gesagt wenn du so nen richtig geilen Hotdoss GEP Ja Willen wir GP? Achso Wie hat es mein Klasskammer hat so schön gesagt wenn du nen richtig geilen Hotdog willst Ich hab ihn gefunden und guck oben rechts Also äh Ey GP also am Montag warten Wird das jetzt mit dem Messern also mich mit dem Messer zu schütten ist ein Running Gag oder was? Ja vielleicht Ja ist egal Ne dann sag dem Faggot mal bescheid er soll jetzt hier die Traitor an 2 hochsetzen Ey da bin ich nochmal neuer Aufnahme Ey GP dafür kannst du angezeigt werden Ne jetzt 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 Ja mach mal auf der nächsten Runde 2 T's Jo Ne ich nehm sowieso jetzt etwas länger auf als er passt das sowieso Mach ich gerade GP willst du nicht nochmal neu starten? Äh nicht nochmal bitte Wir tanzen jetzt hier auf Warte wir warten wir hatten doch kein Nein wir hatten doch keinen fehlgeschlagenen Versuch Ja echt so Weil die ganze paar Leute es nicht geschafft haben sich ja die Regeln zu halten Ach als oft also das Erik 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 ich sag ja nur 800 Karma Du musst mal ganz ruhig sein mit seinem 700er Ich hatte ein besseres wie du Alter ich hab besseres wie du Junge alter ich mach dir Messer Ich bin besser als du Leute ich bin mehr wert als du ey Ich bin mehr wert als du ey Okay Alles klar Achja Guck mal ich werd schon wieder zu CSGO eingeladen Was soll der Scheiß Das ist offline stellen oder what Nee Nee ist nicht Es ist so ruhig Leute Habt ihr irgendeine Thematik über die ihr diskutieren wollt? Ja Also Nanook ist schon richtig Ach Pass auf Leute Wir wollen jetzt mal Tatsachen außer Acht lassen Wir wollen uns dann wirklich in den Spekulationsbereich begeben ja Ich hab ein Messer Wir gehen nach Wetter auf dem Boden Leute Ja aber das ist Das kannst du aber nicht aufheben Ja dann ist es GP Dann ist es GP Das kannst du nicht aufheben oder? War das das in der Küche? Nein In der Küche ist nämlich auch ein Knife Rex Hehehehe 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 Jetzt ist doch der sein Ernst Ja Ich hab nur noch Nein gesagt Hehehehe Einfach Ich hab einen Schuss gefressen Einen einzigen Schuss Hehehehe 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 Wir müssen uns verhalten Leute Jede Runde Jede Runde das einfach Cube vorreservieren Hehehehe Wart ab der Silent Cube noch zurück Mach eins aus Mach Unsinn der kriegt ja Familie hin Hehehehe Hehehehe Geh jetzt irgendeine Ecke heulen Hehehehe Hehehehe Maul ich hab ne Ecke Komm mal her Wo bist du? Halt's Maul Hey 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 Dein Mikrofon wieder Junge Hör auf das Mikrofon in den Arsch rein draus zu ziehen Zerstören unsere Ohren nicht Und die des Zuschauers Ja Oh ne AUG ist das geil Ich war eigentlich nicht mehrere Komm jetzt gib mir die Shotgun Gib mir die Shotgun Sehr gut Ah da ist Hackeberry Finn Hehehehe Wo ist Hackeberry Finn Bei mir ist Hackeberry Finn mit Knife Hehehehe Ach guck mal Hehehehe Wer hat ein Knife Aber jetzt muss nur noch der Detective eingestellt werden Damit wir den Detective kriegen Hehehehe Schreib das dem auch mal eben He war ein T's oder was? Ab nächste Runde Rex verpiss dich Rex nein verpiss dich Ab ne ok Da wurde jemand Vielleicht hat jemand geschossen Ja aber es ist keiner geschossen Das hörst du ja immer wenn ihr was Hehehehe Warte mal ganz kurz an Maximo Dass er bitte den Detective neu einstellt Du hast einfach dein Waffenskin Eine Detektiv Zwei Einen Datektiv Dann floats die Waffen-Skin Jetzt geh aus'm Weg Was hab ich?!? Dein Waffenskin als ich die Banane da liegen sah, aber ging dann doch gut. Ganz kurz, Eric, du lebst noch, ne? Ja. Okay, Nanook liegt leider auch noch, den sehe ich vor mir. Rex, lebst du noch? Positiv. Alter, Nanook, hast du gerade die Banane in den Arsch reingeholt, okay. Cube? Cube? Ach, nö, wurde Cube schon wieder geneigt. Er wurde gelöscht. GP und Nanook waren bei mir. Dann war gerade an Maximus schreiben. Dann da. Eric war auch da. Also, ich wollte nur Darky sein. Ja, ja, Cube. Ja! Also, alle Darky sind... Da oben, oben! Hab ihn. Easy. Paul! Wie ist der Agent-Mausch-Kleinung getötet, ne? Komm her! Ach, Cube. Ich hoffe, ich werde nochmal jetzt. GP? Ich habe einen Vorschlag für den Folgen-Name. Wie heißt der? Plus-Meter gleich Tod. Nein! Nein! Plus-Meter gleich, äh, ewige Liebe. Oh! Es gibt Detectives! Ja! Aber jetzt gibt es Detectives und 2T ist korrekt. Ey, das ist das für den 40. Das ist richtig geil mit der Golden Eagle. Oh nein! Aber nein, du darfst damit nicht randomen, also ganz kurz. Doch, darf ich! Ey, warum ist meine M4 nur viel testet, Alter? Ich wollte den FN, weil du arm bist. Was heißt, wir haben jetzt 3 Innocents, 1 Detectives und 2 Traitor. Korrekt. Das heißt, du hast quasi fast eine 50%-Nein, du hast eine Chance von 40%-Ja, ich bin Detectives. Schwul! Weißt du, ich bin einfach Dauer-Inno oder Dauer-Detail, wie lame ist das denn? Ich kann das erst einmal Detail. Ach, da ist Q! Ach du Scheiße, es geht ja los. Hallo Q! Ach, hol ich mir denn schönes. Ich hol' mir einen Knife, Alter. Ähm. Was? Ich hol' mir einen Knife, Alter. Nein, ne? Wer ist da gerade gestorben? Nee, Darkie ist nur gestorben, in einem unerklärlichen Kumpel. Ey, ey. Ey, wer ist denn Inno? Ich bin Inno auf jeden Fall. Ich auch. Shit! Ey, Rex, lass dich alle beiden töten. Nein, ihr habt ja keinen Beweis, dass wir jetzt nicht sind. Denkt dran heute nicht randomen, im Ernst jetzt. Das ist ja scheiße. Was hol' ich mir denn jetzt? Bei mir ist Erik. Oh, oh, ich werd' sterben. Wir sind oben auf dem Balkon. Balkon? Balkon? Flur, Balkonflur. Oh nein, oh, ich hab' mich verkligen, jetzt hab' ich mir einen scheiß Radar gegönnt, ey. Wie schwul ist das denn? Ist ja geil, ey. Erik macht Alwakba. Ey, das ist nicht lustig. Doch, guck doch die Folge an. Ich mach' ganz krass Alwakba und bin dann gestorben. Hinnige Leiche. Ja, das ist doch. Oh, okay. Ich hab' gemessert. Hinnige Leiche. Hinnige Leiche. Hinnige Leiche. Warte, call mich, call mich, call mich, call mich. Call mich. Ey, M, GP, also darf ich die anderen beiden tun? Nein. DOCH, DAS, NICHT! ALTER! Mit welcher Begründung? Ey, ich war... Ey, 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 ey. Nanook, ich will die Begründung hören. Nur, nur ich in den Detektiv haben gelebt. Ich war auch am Leben. Na, hallo, Leute, es waren nur noch... Außer Nanook waren nur noch zwei andere Leute, die nicht Detektiv haben am Leben. Ja! Und wenn beide Trader noch nicht rot waren, also noch am Leben, konnte dann... Was? Was? Ja, nur Rex hat T. Ja! Ach so! Ich muss nochmal maximal schreiben. Dann sorry, Rex, ich hab gedacht, es gibt zwei T. Aber trotzdem, trotzdem, gleich wenn's zwei T ist, muss ich Angst haben. Dann muss ich vor zwei Messern wegrennen. Und dann packst du Sounds, nicht que persona, das er so efectiviert wird, dass er einen EnergNING anzsame, Oln ins Mail unterscheidet... Nein? Oh, meinst du? todas. Auf wenige Krankheiten... wenn ich traitor bin ... Scheiße auf... Ich bin einfach nur Cube-Nive NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Al Slomo ist aber echt lästig Warte wo ist Cube, ich muss einfach nur in den Cube halten und weiß ich wann er geneift wird Eh Cube ist eine Date Achso, alles klar Ok die Runde ist los Ja auf jeden Fall M A G Also diese Runde, ne? Die ist echt die Hölle so dran. Bam! Bam! Ich glaube, ich höre ein TNT. Ein TNT jedenfalls. Warte mal ganz kurz hier. Du hast ein TNT-Fass. Ich dachte, ich habe gerade die Fähigkeit gehört. Ich höre es. TNT? Dann ist es Eric. Eric kam gerade von da, wo das TNT sein soll. Sein Bin hat's gut. Ich höre es ja nur. Hier, da, da, da. Da. Dann ist es Eric. Warte, ich den schaffe jetzt. Wenn ich sterbe, Leute, sagt meiner Mom. Sie ist alt. Roter Draht, gib ihm. Ja! Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Also du kannst auch nicht sagen, wenn du niemals weißt, wo ich bin. Ja, du kamst aber entgegen von dort, wo das C4 geplantet wurde. Ich hätte dich jetzt locker wegmachen können. Das weißt du. Wo war das ein C4 jetzt? Ja, Eric, du kamst mir doch da entgegen. Ja, ich weiß gar nicht, wo das C4 war. Wo war es ein C4 jetzt? Eric, deine Unwissenheit schützt dich nicht. Nee, ich ist echt so. Das war nicht so, dass du da nach Merkau ist, weil, ähm, Unwissenheit, wie du versuchst. Ich habe ein C4. Ja, der Lügt nicht so scheiße. Ich lügt aber nicht, ich weiß echt, wo es C4 war. Unwissenheit schützt dich nicht. Lukas, Unwissenheit schützt... Wird Paul Diffing immer gemessert? Mein Schiff. Karl, lebst du noch? Paul... So, ich habe oben das C4 mal hingepflanzt. Genau, warte mal, Paul. Jetzt kriege ich ja noch die Minuspunkte dafür. Nochmal zum Thema. Wir uns da DMen nicht. Was ist jetzt passiert? Ihr Flachlixer, jetzt kriege ich wegen euch Minuspunkte. Hat der C4 auch gejagt? Achso, du bist ein Eric. Okay, komm, zählst du nicht. Nanook hat auf... GP, du Hure. Eric. Oh, man. Fresse, Nanook, du bist tot. Danke für die ganze Mitarbeit von den Innocents. Sorry, Nanook, du hast gejagt. Guckt euch meine Punkte an, warum? Weil ihr uns so ein Hurenz und die Bombe hochgejagt habt. Ich fasse es nicht. Ja, ich wollte es versuchen. Ich bin den roten Grat durchgeschnitten und dann bin ich es. Dann bin ich... Nice. Danke für die Mithilfe. Ja. Weißt du? Nee, nee. Ganz ehrlich, Brot kann schimmeln. Du kannst nix. Weißt du? Guck dir meine Punktzahlen an, Alter. Ich habe wegen dir einen Karma von 940. Ey. Oh Gott, jetzt kommt beide mal rein. Hey. Cube im Damage Lock. Gameplayer. Taki. Gameplayer. Gameplayer. Hey, du sollst nicht im Damage Lock gucken. Das ist so ein Quatsch, ne? Wer von euch hat das C4 entschärft? Lukas hat zwar so. Boah, Lukas, ey. Der ist ja ja mit selber mit dem Lufthal. Ganz ehrlich, ey. Was soll... Boah, ich... Ey, das ist ein Scheiß. Ich bin wieder, DT. Warum werde ich nicht einmal Traitor? Ey, kann da jemand Maximor unschreiben, Alter? Ich werde nie Traitor. Ich werde nie traurig machen, Alter. Aber piss euch doch vor mir. Warum wollt ihr alle zu mir? Wegen der Sicherheit. Warum sonst? Genau. Ich verbrenne. Echt jetzt? Sein erster Tod nicht durch ne Messer. Ist das dein Ernst, Paul? Du rennst noch rein? Sein erster Tod nicht durch ne Messer. Ich hab das Gefühl, dass irgendwie das Starkey ist. Ich weiß. Ich hab so irgendwie so ein Gefühl, dass Starkey ist auch. Hier, die Gnogne Leiche. Oh, okay. Okay, Rex ist es. Ey, ich hab die Leiche gefunden. Verpiss mich. Rex, du willst sowas sein? Ich sag's aber ernst. Wir retten alle. Ich meine, wie nah in die Reine ist es? Ich bin mal Rex in der Eingangshalle, Lukas, ne? Leute, Maximum fragt mich gerade, weil es wegen Map Change. Wartet mal. Ne, jetzt nicht. Äh, äh, ich hab so Angst. Wir brauchen nur ein Detektiv. Äh, zwei Töcher. Hast du denn die Töcher? Hast du da was gekauft? Nein. Echt, ne? Ich hab Maximo gehandelt. Hat der hundertprozentig. Fragt Maximo. Ich hab ihn angeschrieben. Warte, ich ruf mal jemanden. Ich hab ihn gerade was geschrieben. Ruf mal. Sag mal auf Lautsprecher machen. Gameplay, er wurde durch ein Messer getötet. Er ist nicht verbrannt. Ja, okay, das ist Rex. Nein. Sowas von Kau ist. Ey, doch, klar. Wieso ich? Weil du da, weil wir beide, Lukas und ich waren oben und GP wurde für dir gemessen. Und ich war unten. Ich war unten. War rekt. Gut kombiniert's, Sherlock. Danke. Danke. Danke, meine Damen. Danke, gutes Karma. Aber übrigens. Ich hab Maximo so geschrieben. Hast du euch geschrieben? Ja, ich muss mal ganz kurz dem lieben Lukas danken dafür, dass ich diese Runde nicht mehr gewinnen werde. Ja, guck mal, es schälst du 0-4. Ja, Lukas, du bist Karma. Ja, Lukas, du bist Karma. Das war wirklich Karma. Weil, weil Nanook und ich beide durchs Feuer gelaufen sind. Fickt euch, ne? Fickt euch, dass du was machst. Nein, ich, ich hab's nicht versehen, dass es explodiert, während ich da langgelaufen bin. Ja, bei dir auch. Mein Tod war aus Versehen. Nur Nanook hat sich extra da reingestellt. Ey, Qua, ich bin Karma, Brust. Fick dich. Bei mir ist es aus Versehen explodiert. Oh Mann, Alter. Oh ne Witz, Daki, du bist echt die Karma-Hure vor dem Herrn. Na, just saying. Just saying. Ja, mach den. CP ist bei mir. Ich möchte bitte. Ich möchte bitte, dass der Partner hier... Ich will hier weg, Alter. Ja, genau, bei der Traitor-Wahrscheinlichkeit, weißt du, bei der Chance, dass ich irgendwas Besonderes werde, von 0,5 werde ich wieder innocent, ey. Was ist mit meinem niedrigen Karma? Wir nennen die Folge Daki und sein niedriges Karma. Nein. Ich werde mir das noch mal angucken. Ich werde wahrscheinlich die Folge nennen, ich bin die Traitor, oder irgendwie sowas in der Richtung. Nee, wir müssen uns noch was einfallen, dass in irgendwas passt zuerst. Das Knife, der Running-Gag. Äh, Cube, schon geneift? Das war ich nicht. Ich hab nichts getan. Daki? Easy. Welcher von euch EZ ist Liv da noch? Der nicht geneifte. Der Traitor, Alter. Der Traitor. Oh. Wow. Easy. Easy. Und die raus. Und die raus. Wo war er? Ich hab einen hinten in die Küche gerannt. Ich reißt. Ich war tot. Ey, was sind die Inno-Sens-Präs? Ach, das stimmt, ey. Sorry, ey. Man, ich muss einen Anime-Slipper. Ach so, ich hab Hyping. Waxley, bist du gestorben eigentlich? Darky. Darky hat uns beide mit dem Rocket-Launcher weggeholt. Mich hat... Ich bin auch weggeflogen. Ne, das war... Lukas und ich sind... Ach so. Lukas und ich sind Team Rocket. Echt? Ach so, ich hab meine Rocket-Launcher eingestellt. Oh, ey. Ey, ich... Suck it. Ey, ich... Ey, ich... Ey, ich... Ey, ich... Ey, und so wurde das Mysterium gelüftet, warum Paul noch nicht geneift wurde. Punkt. Ja, ne, weil ich Traitor war. Wir haben ja Akte X geklärt. So easy. Obwohl, halt. Ben wurde auch schon als T gemessert. Ich bin jetzt jedes Wetter OS, wenn ich nicht in den ersten zwei Minuten tot bin. Korrekt, korrekt. Ey, ich bin schon wieder inno. Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut. Ich bin ja weg, ich bin ja weg, ich bin ja weg. Ich bin, ich bin die Traitor. Autsch. Oh, warte, Cube ist bei mir. Cube ist bei mir. Erstmal Cube. Wer zu mir... Wer zu mir kommt, kann den Eagle Headshot. Nein, das ist der Nächste, nein! Guck mal, wie ich da gemobbt... Gekillt hab, Alter. Detektiv, kommst du mal her? Nein, bring die Leiche zu mir. Ja, wo bist du, Esel? Oben. Ha! Erik! Erik! Was? Du fissest. Ich sag' Januks Gesicht Ich hab einfach nur... Ich komm nicht ohne! Lektisch! ich habe ich die musik ist so so k und ich treff dich nicht wenn du das verkackst Eric, ne? Ich schwörs dir Es ist zu früh. Erstmal aufs Klo. Deniz hat sich verhüllt aus einem guten Grund. Der ist raus. Der ist raus. Der ist raus, Nanook. Scheiße. Rex gönnt sich richtig. Oh. Hey, Bitch. Gib dir Talkpower. Nanook, gib dir Talkpower. Sorry. Hab es. Ist das Game von nebenbei schon fertig? Nein. Boah, Erik, ohne Scheiße. Du bist so ein hässlicher Flachwichser. Na, ohne Witz. Ohne Witz, Erik. Was ist passiert? Erik hat verkackt. Aber egal, ich habe Cube geneift. O, was das Ziel dafür ist. Oh, wie Nanook geflogen ist. Wie Nanook einfach geflogen ist. Naja, aber... Kann man sagen, dass das irgendwie so eine Nebenquest für euch alle ist. Nicht zu beeilen, wenn ihr Leute habt, Alter. Hallo, XP-Bonus von 10%. Was willst du machen, Alter? Richtig. Bin ich noch in der Runde. Ja. Gibt doch bei Assassin's Creed Syndicate... Genau! Darüber können wir uns mal unterhalten, Leute. Wer wird sich das Spiel denn holen? Wer wird sich das holen? Assassin's Creed Syndicate. Ich hab's schon, weil ich eine Nvidia-Grafik hatte gekauft. Du wirst pünktlich am Donnerstag dann spielen werden können. Mit meinem PC wahrscheinlich nicht. Nein. Oh, schade. Es wurde ja empfohlen, wenn du die höchsten einstellen hast, brauchst du... Ey, das ist ein Scherz. Ey, ich werd nie Tee, ne? Langweilig. Boah. Du bist nie der Eden. Ist echt so. Wo ist Paul? Wo ist Paul? Paul ist noch nicht gemessen. Okay, Lukas ist es Tee. Lukas ist es Tee. Echt so. Da ist Paul. Nein, Tee. Verpiss. Lass mich raus. Lass mich ran. GP? Ja. Ne, ne, ich hab hier meine PP-Bitson. Paul? Geplasma? Alles klar, er wollte sich... äh, Dings. Ja, Paul hat sich selbst weggesprengt. Ey, hey, hey. Ich wusste es, ne? Ich wusste es. Oh, guck mal, Rocket Launcher. Ne, Darkie ist... Könnt er nur als Nanook. Ich bin... Nanook, Nanook ist... Nanook ist da hergekommen. Warte mal, dann... Weißt du was? Nanook ist da hundertprozentig hergekommen. Ich bin Omid am Dach. Also, wenn ich jetzt tot bin, ist das auch hundertprozentig. Darkie, willkommen zu Ihrem Reich der Lebenden. Was? Hä, RDM? RDM, easy. Nein. Hä? Ja, tut mir leid. Musste sein. Nein, ich bin noch... Ey, mein T-Kollege ist so unfähig. Alter, mein T-Kollege ist so Behinderung, ey. Alter, ich hör, du hässlich. Und ich bin wahrscheinlich das optionale Spiel. Was für... Nein, mein T-Kollege ist so unfähig. Ja, Klobaln, Klobaln! Wo bist du? Ich hör dich! Ja! So, letzte Runde der Map. Mal gucken, ob jetzt die PMT wird. Nein! Hier, hier... Erik, Erik. Die Rolle des Stylinderparts wird mir die letzte Runde ansagen. Wieso? Letzte Runde für heute! Letzte Runde! Letzte Runde! Hä? Boah, Alter Nanook, na? Nanook, ich schür, Alter! Du hässlich! Ich schmach dir Messer! Ersthaft schon letzte Runde! Ich bin jetzt ein leichtes Ziel für jeden Traitor, weil ich hab nur eine Sniper. Hauptsache jetzt schon kein Headshot-Ondy. Oh, die in der letzten Runde! Jaaaa! Und ich bin innocent! Sehr gut! Ihr seht, Leute, meine Traitor-Wahrscheinlichkeit liegt inzwischen bei ungefähr 0,1%. Also, nicht beschwerend, wenn ihr dauerhaft so einen grünen Screen da unten seht. Boah, ey, oh, scheiße! Er ist sowas von! Er ist sowas von! Alter! Sorry! Oh, Q bis Traitor-Creed wurde noch nicht geneifet, oh ne Scheiß! Ey, was ist hier los?! Relax, wegs! Verrückt doch! Haben! Au! D'Arcy! Oh ne! Ötet ihn doch! Ernsthaft, D'Arcy! Ich hab die Runde auch gewollt! Also, wenn die Runde gewonnen hat! Alles klar, Leute! Wer hat gewonnen? Ich hab die Runde gewonnen! Ja, ich hätte die Runde auch gewonnen, wenn dann nicht die Aktion mit dem TNT passiert wäre. Also Leute, das war's von mir, wir sind's gleich beim nächsten Mal wieder, bis dann, haut rein, ciao! Ciao!